Wir kommen zur nächsten Präsentation. Das sind Johannes Bohner, Tamino Hartmann, Burkhard Hoppenstedt und Andreas Köll. Es geht wieder um Computer Vision, diesmal allerdings um Analyse von biologischen Bewegungen anhand von Seilhüpfen und Hampelmann. Ja, hallo. Also ich denke, wir dürfen mit Stolz sagen, dass wir die gefährlichste Gruppe des vergangenen Semesters waren. Denn wenn sich irgendwer in O27 verirrt hatte, dann wurde er zack eingesackt, musste mit uns in den Kinect-Raum kommen und durfte nicht eher gehen, bevor er 30 Hampelmänner und 30 Mal Seilspringen gemacht hat. Mit und ohne Gewichtsweste. Wir dürfen jetzt erstmal kurz zeigen, wie das dann in unserem Studio ausgesehen hat. Wir hatten eine Oberfläche, unsere Programmoberfläche und unsere Testperson. Der Tamino macht es uns mit dem Blaumann und der Gewichtsweste vor. Der Blaumann ist deshalb da, weil die Kinect leider dunkle Farben, schwarze Hosen, relativ schlecht erkennt. Dafür haben wir den gebraucht. Und die Gewichtsweste ist einfach zur Modifikation der Bewegung. Wie wir jetzt sehen, unten ist unsere kleine Konsole. Da wird dann gleich angezeigt, ob Zyklen erkannt werden. In der Mitte ist der Tamino. Das sind 16 Punkte. Jede von diesen Punkten hat eine X, eine Y und eine Z-Koordinate. Das gibt dann sozusagen für jede unserer Bewegungen einen 48-teiligen Vektor, den wir dann nachher brauchen. und los. Eins noch, zwei noch, weiter, weiter, weiter. Wir sehen, die Zyklen wurden alle erkannt. Einen Applaus für den Tamino, bitte. Und das ist jetzt die Basis für unsere Arbeit. Doch was wollen wir eigentlich mit unserer Arbeit erreichen? Wir haben eigentlich zwei Sachen, die wir hauptsächlich erreichen wollen. Nämlich einmal wollen wir erkennen, automatisch ist diese Person mit oder ohne Gewichtsweste gesprungen und wir wollen danach die Bewegung resynthetisieren. Also wir wollen sie mit Parametern dann modifizieren. Das Ganze ist das Anwendungsfach Computer Vision. Am Anfang gab es ein Paper zu bearbeiten, das wir dann erweitert haben auf unsere eigene Fragestellung. Betreut wurden wir von Georg Kleier und Professor Heiko Neumann. Wir haben das jetzt nochmal grafisch veranschaulicht, was es dann für eine Datenmenge ist, ein so ein Sprungsatz. Wir haben also eine riesige Matrix, die wir jetzt dann untersuchen wollen. Und dafür brauchen wir ein Werkzeug und unser mathematisches Werkzeug ist die Principal Component Analysis, kurz PCA. Das ist eine Grafik aus der englischen Wikipedia, das ist im 2D-Fall ganz gut veranschaulicht. Wir haben unsere Punktewolke, unsere Messungen und das sind die Vektoren. Der eine Vektor, der ist in Richtung der größten Varianz ausgerichtet, der andere orthogonal dazu. Und interessant wird es jetzt, wenn wir viele Dimensionen haben, dass wir Vektoren weglassen können. Wir zeigen das in der nächsten Abbildung. In diesem seht ihr zwei Informationsgrade, nämlich einmal den blauen und einmal die gelben Balken. Die blauen sind die einzelnen Eigenwerte. Das fängt an mit dem ersten, der deckt knapp über 80% der Informationen ab, der zweite dann schon rapid weniger. Die gelben veranschaulichen, wie man das aufsummiert. Wir sehen also, dass wir hier schon nach dem zweiten ziemlich viel der Informationen von unserer Bewegung erhalten haben können. Und den Rest können wir vernachlässigen. Wie wir das dann jetzt benutzen können in der Bewegung, das sagt uns der Johannes. Also hier in dem Video ist das jetzt gleich animiert. Wenn wir jetzt nur die ersten zwei von den Eigenvektoren benutzen, um die Bewegung darzustellen, das sehen wir hier rechts in den roten Punkten. Die blauen Punkte sind die, die aus der Kinect rausgekommen sind, so wie sie aufgenommen wurden. Und jetzt nach Weglassen von den letzten 46 Eigenvektoren, also nur unter Benutzung der ersten zwei Eigenvektoren, ist dieses rote Bild. Und man sieht schon, hier in der Mitte ist die Überlagerung von beiden einmal blau, einmal rot, dass das sich doch ziemlich gut überdeckt. Also mit zwei Eigenvektoren kann ich schon die ganzen, die ganze Bewegung eigentlich ziemlich gut darstellen. Das hat den Vorteil, jetzt brauche ich von der Matrix, der riesengroßen Matrix, die ich jetzt vorhin gesehen habe, brauche ich nicht mehr alles darzustellen, sondern ich brauche eigentlich nur noch wissen, was ist die Durchschnittspose, was sind die ersten beiden Eigenvektoren. Und dann brauche ich für jede einzelne Pose, die diese Animation darstellt, die diese Bewegung darstellt, brauche ich insgesamt zwei Werte, mit denen ich die Eigenvektoren durchmultiplizieren kann. Und die Summe dann aus Durchschnittspose und den gewichteten zwei Eigenvektoren ergibt dann diese irgendeine Pose und viele davon ergibt so eine Animation. Diese verschiedenen Koeffizienten, die ich brauche, um die Eigenvektoren zu gewichten, die sind wir, glaube ich, in der nächsten Folie dargestellt. Das obere sind die Koeffizienten, so wie wir sie ausgerechnet haben. Blau für den ersten Eigenvektor und grün für den zweiten. Da können wir uns jetzt wieder einiges vereinfachen, indem wir diese veränderlichen Werte durch eine periodische Funktion annähern. Man sieht, dass das ganz gut funktioniert. Hier unten einmal das Blaue, einmal das Grüne sind jeweils überlagerte Sinus-Funktionen. Und jetzt brauchen wir, anstatt die einzelnen Werte einzeln für jeden Frame abzuspeichern, brauchen wir nur noch die Parameter, die diese periodischen Funktionen beschreiben, abzuspeichern. Und dann haben wir die gesamte Bewegung komprimiert dargestellt. Also vorher hatten wir diese riesengroße Matrix, jetzt haben wir nur noch die Durchschnittspose aus 48 Werten und die ersten zwei Eigenvektoren, die auch jeweils aus 48 Werten bestehen. Und dann noch die Parameter, das sind, je nachdem wie genau man es beschreibt, so zwischen 5 und 10 Parameter, die man braucht, um diese periodischen Funktionen jeweils zu beschreiben. Wie genau das jetzt funktioniert, das sehen wir in der nächsten Animation. Hier ist rot, ist wieder das gleiche rot wie vorher, also das, was nach der Hauptkomponentenanalyse passiert ist. Und schwarz ist das jetzt, nachdem wir die periodischen Funktionen erstellt haben und jetzt nur noch die Parameter, die Koeffizienten durch die periodischen Funktionen darstellen. Man sieht hier jetzt in der Mitte das Schwarz und Rot schon ein bisschen stärker voneinander abweicht, aber im Großen und Ganzen ist es doch noch eine ganz gute Darstellung. Es weicht deswegen auch stark voneinander ab, weil man ja nicht immer die gleiche Bewegung macht, sondern es weicht auch, wenn ich einmal einen Hampelmann mache und danach nochmal einen, dann sind das halt leicht verschiedene Hampelmänner. Und durch meine periodische Funktion stelle ich jetzt immer den gleichen Hampelmann dar. Okay. Dann, was haben wir als nächstes? Jetzt haben wir noch mal alles zusammen. Die Farbcodierung ist wieder die gleiche. Blau ist so, wie es aus der Kinect rauskommt. Rot ist das, was ich nach der PCA erhalten habe. Schwarz das, was dann am Schluss rauskommt, nach dem Fit. Und in der Mitte sehe ich noch mal Blau und Schwarz miteinander verglichen. Also Blau ist meine riesengroße Matrix mit allen Einzelwerten. Und die schwarzen Punkte, die kann ich durch jeweils so um die 140 bis 150 Werte darstellen, je nachdem, wie gut ich die periodische Funktion darstelle. Also ich habe hier das deutlich reduziert, das Datenvolumen. Und man sieht, dass es eigentlich immer noch ganz gut die Bewegung darstellt. Der Grund, warum wir das gemacht haben, ist der, dass dass wir jetzt vergleichbare Vektoren haben, mit denen ich verschiedene Bewegungen, einmal hat einer eine Bewegung mit Gewichtsweste, eine andere Person hat eine Bewegung ohne Gewichtsweste gemacht. Und jetzt kann man die durch diese 140 bis 150 Werte sehr gut miteinander vergleichen. Können wir noch mal weitermachen, eine Folie? Jetzt das Ziel war jetzt zu erkennen, automatisch zu erkennen, ob die Bewegung mit einer Gewichtsweste passiert ist oder ohne. Hier sieht man das in einem Diagramm, wie viele Fehlklassifikationen passiert sind, abhängig von einem anderen Wert hier unten. Der sprengt jetzt den Rahmen genau zu erklären, was dieser andere Wert ist. Aber man sieht hier, dass das Minimum liegt unter 25%. Also das Minimum hier hat weniger als 25% der Testpersonen falsch klassifiziert. Das heißt, über 75% sind richtig klassifiziert worden, hat das System erkannt. Diese Person hat keine Gewichtsweste und die Person hat tatsächlich auch keine Gewichtsweste getragen. Eine weiter bitte. So und zum Schluss noch, was wir euch auch noch zeigen möchten, war dann eine Animation, die wir dann mit einem 3D-Programm gemacht haben. Da war jetzt noch mal die Schwierigkeit dabei, dass wir aus der Kinect die absoluten Daten von den Gelenken bekommen haben bekommen haben. Und in solchen 3D-Programmen das Format, mit denen man dann solche Animationen machen kann, das basiert auf den relativen Abständen von den Gelenken zueinander und auf den relativen Winkeln zueinander. Und das musste erst umgerechnet werden. Man sieht hier auch, dass die Person, die scheint in der Mitte immer so ein bisschen über dem Boden zu schweben. Das liegt daran, dass die Kinect eben nicht ganz genau gearbeitet hat. Also so, dass es eine Animation von einer Person, die vor der Kinect Hampelmänner gemacht hat. Okay, das wäre es von unserer Seite, glaube ich. Oder haben wir noch eine Folie? Ich glaube, nee, das war es. So, gibt es Fragen? Ganz da oben. Also die Frage war, dass wenn wir mehr Hauptkomponenten verwenden, dass das Klassifikationsergebnis schlechter wird. Dazu muss ich sagen, also ich hatte das nicht genau erklärt, was für Hauptkomponenten das jetzt eigentlich sind. Das haben wir hier ausgelassen aus Zeitgründen. Das Geheimnis ist, das war jetzt noch mal eine zweite Hauptkomponentenanalyse, die wir nicht mehr auf den Posen ausgeführt haben, sondern auf den gesamten Bewegungsvektoren. Entschuldigung. Entschuldigung, ich wollte nur, es kann sein, dass du Overlearning meinst. Also wenn wir ganz viele von den Hauptkomponenten verwenden, dass es dann auf Sachen anschlägt, die wir eigentlich gar nicht wissen wollen und die dann unserer Gesamtbild verzerren. Ist es das, was du meintest? Das stimmt schon. Also das Minimum ist irgendwo in der Mitte. Und je mehr Hauptkomponenten am Schluss ich dann verwende, desto ungenauer wird es dann auch wieder. Und das liegt eben daran, dass es dann die Bewegung zu spezifisch beschreibt, wenn ich mehr Hauptkomponenten benutze. Und es gibt dann halt irgendwo ein Minimum, das ich finden muss, wo die Bewegung zwar gut genug beschrieben wird, aber auch nicht zu spezifisch, dass ich es immer noch besser gut vergleichen kann miteinander. Hat es die Frage beantwortet? Gibt es noch weitere Fragen? Keine weiteren Fragen? Man sieht es von vorne so schlecht hier mit diesen roten Strahlern hier. Ja, aber es sieht so aus, als ob das nicht der Fall wäre. Ich wusste gar nicht, dass es in der Neuroinformatik inzwischen eine Außenstelle des Hochschulsports gibt. Bitte? Was, Georg? Ah, hier gibt es sogar Kurse im Universitätsberg. Über das richtige Tragen von Gewichtswesten oder was? Ja, okay. Gut. Also wenn jemand mal irgendwie sich austoben will, dann geht er zu Georg Leier und macht Posen mit Gewichtswesten. Gut. Ja, vielen Dank nochmal für die Vorstellung. Und...